servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es um das thema mal wieder einem balance block wie blizzard vermutlich es gerade noch schafft dass die leute am ende shadowlands noch in halbwegs positiver erinnerung behalten ich sag das ganze ein bisschen vorsichtig mit dem halbwegs und so weiter und so fort denn gameplay technisch content technisch war das addon glaube ich bislang nicht so geil und ich glaube es wird auch auch mit 9.2 auch wenn der patch spaß macht die leute werden sich trotzdem nicht so gern an shadowlands zurück erinnern bis jetzt denn was blizzard diese woche gemacht hat wenn ihr die videos auf meinem kanal gesehen habt zum einen die sache mit dem verbot von boosting communities ein kleiner step der glaube ich erst mal noch nicht so viel impact haben wird sie müssen es ja auch erst mal schaffen diese leute dann zu unterbinden beziehungsweise einzuschränken aber aus marketing sicht war es glaube ich genau der richtige schachzug zu sagen dass wir noch während shadowlands den leuten die möglichkeit geben dass sie mit allianz und horde zusammenspielen können und das ist für mich der entscheidende punkt hättest du es mit dem nächsten addon gebracht wäre es eines der features gewesen bestimmt das hätte man breit und fett angekündigt die leute hätten sich aufs neue addon gefreut alles gut blizzard sagt jetzt aber schon mit 9.2.5 wir geben den leuten die möglichkeit dann hier communities zu erstellen für horde und allianz zusammen ihr könnt dann zukünftig über diese organisierten gruppen hier gruppen erstellen gruppen finden für mythic plus für gewertetes pvp also dann in dem sinne gewertete schlachtfelder und arenen und für dungeons also mythic plus beispielsweise und dass sie das noch mit 9.2.5 also mit shadowlands bringen es ist wie mit weiß ich nicht manchen sachen zum beispiel legion da war auch nicht alles perfekt aber blizzard hat den spielern sachen gegeben die sie sehen wollten beliebte alte figuren wie illidan teilweise coole coole sachen wie die artefaktwaffen und so weiter und das bleibt den leuten in erinnerung jetzt werden die leute sagen anstatt wie vorher boah shadowlands da war ja gar nichts gutes dabei was am ende in erinnerung bleiben wird ist boah shadowlands geil das hat was verändert im sinne von wir können jetzt mit horde und allianz zusammen spielen das soll nicht bedeuten gleichzeitig dass dass das addon dadurch weiß nicht für jemanden besser wird oder das andere sachen wieder gut macht wie das für mich persönlich auch zu wenig content drin war und dass sich blizzard zu lange zeit gelassen hat mit vielen sachen und so weiter und so fort aber was für mich dazu gehört das ist wie wie damals in der schule wenn du eine kritik zu etwas geschrieben buch kritik beispielsweise du hast wenn du eine positive kritik verfassen wolltest fängst du mit den schlechten argumenten an und kommst dann zum positiven und du endest mit deinem stärksten argument und bisher hat shadowlands viel mist verzapft für viele spieler ich mochte das addon weitestgehend ich habe jetzt nicht so viel dagegen aber wenn sie jetzt zum schluss halt noch mal dieses crossfaction play kommen und dann startet das neue addon und 9.2 wird ja das letzte sein bevor dann das neue addon kommt woran worüber werden die leute reden bestimmt dann nicht in dem moment boah patch 9.1 ne courtier war ja so elendig und weiß nicht sondern dann geht es dann eher darum boah geil wir können jetzt endlich zusammen spielen lass mal zocken das wird auch denke ich wieder einige leute zurückbringen und ich finde es insofern auch ein schlauer schachzug weil ich wenn wir jetzt ausgehen februar märz kommt 9.2 dann denke ich kommt 9.2.5 nicht vor mai juni so in dem dreh das neue addon glaube ich kommt nicht vor ende des jahres wenn überhaupt noch dieses jahr das heißt du hättest wieder eine sehr lange spannende zwischen 9.2 und dem neuen addon so gibst du den leuten jetzt aber was was viele haben wollen und worüber sich glaube ich viele sehr sehr freuen werden und ich bin mir ziemlich sicher dass das dafür sorgen wird dass die leute shadowlands gegenüber etwas milder gestimmt sind wie gesagt so positive sachen bleiben dann doch bei vielen eher in erinnerung gerade wenn es am kürzesten zurückliegt deswegen ich kann es nachvollziehen dass sie jetzt sagen sie bringen das noch mit shadowlands ich bin gespannt wie es sich dann letzten endes spielt und ja warten wir mal einfach ab was was uns da erwartet schreibt mir eure meinung zu dem thema gerne in die kommentare wenn ihr noch nicht abonniert habt und euch die news hier gefallen ihr auch in zukunft nichts verpassen wollt würde ich mich sehr über ein abo freuen und damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen